Hallöchen! Willkommen zurück zu Bastion! Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört, weil unsere Bastion scheinbar belagert wird. Und das gucken wir uns an. Zulf, der Verräter, hat seine Landsleute hergeschickt. Sag was du möchtest über Zulf, aber er ist ein Mann von seinen Worten. Ich glaube. Diese Lande hat aber nicht viel gebraucht für Leidenschaften. Zu schlecht für das. Die Gnade kamen hier. Und hier kamen sie... ... um sie zu nehmen. ... um sie zu nehmen. Sie kamen in der Bastion und schlitten die Tür. Die Kinder müssen durch die Brücke gehen. Lachen versünden durf... naja. Das bin ich ja gewöhnt. Äh, 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 also... Ich sollte ihm später... über all dies gesagt haben. Um die Dinge schlimmer zu machen... Es scheint, dass Ura die Mädchen nahm. Moment. Hier werden wir irgendwo hingeschleudert. Ah, dann nehmen wir uns doch vorher erst mal das Ding mit. Immerhin 20... ...Splittergedönsteile. Unglaublich... ...eine gebrochen. Und sie haben angefangen... ...eine Hände zu spüren. Es war etwas falsch... ...und es hat sich in diesem Ort verlassen. Wir haben versucht, sie zu stoppen. Da geht es nochmal los. Oh, vielleicht sehen wir was! Was ist das ange��? Ja, klar.. Ich bin... Oh, der ist nicht gestunnt gewesen. Okay, alle haben überlegt. Problem ist, es geht nicht. Zolfs plan worked. Oh, come on. Yes? Ich habe Celandias Meisterplan, um die Urhe rauszuholen. Okay. Aber Teil des Plans hat zurückgezogen, nicht wahr? Ein bisschen. Wenn nur Zulf die ganze Geschichte wusste. Okay. Wo ist Zia? Was würden wir zu denken? Sie müssen sie bekommen. Sie haben sie zurückgezogen, zu ihrem rechtlichen Haus. Man kann nicht zu vorsichtig sein. Oh. Man kann hier noch hin. Oh, Moment. Haben wir Post gekriegt? Bitte sag mir, dass da eine Nachricht von Zulf drin ist oder sowas. Nein. Na, super. Alright. Hm. Naja. Brauche ich alles nicht. Ich brauche ja etwas Übles. Und das hier. Und wir kriegen noch eine neue Waffe? Okay. Die Merz. Die Windpferde sind nicht die einzige Waffe, die eine schlechte Sache hat. Oh, stimmt. Den Splitter haben wir ja auch noch. Oh? Das sieht aber nicht so aus, das wäre das ähm... Ja... Noch relativ intakt. Die Schörer können dieses Zulf in Rehabilitation setzen. Aber es gibt nur eine Beinigung. Wir müssen uns, was wir begonnen haben. Okay. Warum will der uns hier hinbringen? Ach so, weil wir das Waffenlager noch aufwerten können. Der Arsenal ist komplett. Falls wir keine Schutz brauchen. Die Trapperschlinge. Ein ausgefalltes Fallenset, das plötzlich aufspringt, um sämtliche Kreaturen in der Nähe des Anwendes außer Gefecht zu setzen. Hm. Ich hätte gemeint, die werden zusammengezogen. Das wäre geil für... Jetzt, was wir brauchen, ist eine letzte Zuflucht. Okay. Abgeschlossen, die Zuflucht. Okay. Und der Dienst, erreiche die verlangte Anzahl von Geheimfertigkeitstechn... Okay. Und der Dienst, erreiche die verlangte Anzahl von Geheimfertigkeitstechn... Ah, ja. Der Service. Für alle Männer und Frauen, die servieren, Ceylandia. Der Sanctuary. Entschuldigung. Wenn wir bauen können, können wir wieder bauen. Hm. Warum ich den letzten Schuss in den Magazin? Besiege drei Feinde mit einem einzigen gut gezielten Intensivschuss... Besiege einen Feind mit einem Konterablocken bei unter 20... Uh. Egal. 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 Oh, das heißt ich gerade auf die Schriftrolle drauf. Okay. Die Hura hat vom Süd. Okay, in den Westen. Komm, wir machen mal diese Herausforderung. Oh. Okay. Oh, der dreht sich aber echt langsam. Galleon-Skippers müssen patient sein. Sie müssen nur die richtigen Zeiten fliegen. Oh, komm, komm! Das klingt wie die Kinder-Mortar in tiptop Form. 80 oder mehr. Na gut. Ich hab das Zeitlimit gar nicht gesehen. Oh, ist das behindert. Oh, ist das behindert. Oh, Moment. Wieder 64? Genau das gleiche wie vorher? Kann man dieses Zielsucht-Gedings ausstellen und selber zielen? Das wäre echt nice. Ach. Mit fünf Schüssen. Oh. Scheiße. Kann ich das abbrechen? Oh. Nee. Komm. Oh, nee. Ich glaub, wir sollten mal ganz am Anfang auf die Äußere zielen. Ja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhofft hab. Ja. 44. Ich hab noch zwei Schüsse, oder? 61. Das ist mau. Ah. Damn. Na ja. Lassen wir das. Lassen wir das jetzt. Braucht keine Sau. Problem ist, dass es wieder... Too bad about the Armada. Aber zumindest eine von diesen Mordern überlebt. Okay. Whatever. Moment. Lassen wir mal kurz gucken. Für was habe ich jetzt was gefunden? Ah. Sachen, die ich momentan nicht brauche. Ah. Egal. Also. Ab nach Westen. Moment. Es ist die Kamm vom Westen. Wieso gehen wir dann in den Osten? Ah? Ein letzter Schad. Es ist alles, was wir brauchen, um diese Mordern hinter uns zu legen. Was ist das? Mutter, was ein Mordern es ist. Eine Mordern wie das, könnte nur mit Hand gemacht werden. Okay. So kann man es auch machen, oder? Oh. Na gut. Dann können wir die Scheiße halt einfach. Oh. Oh. Was? In der Falle gedacht? Das Herz der Kamm des Kammes war eine einfache Idee. Wir wollten nie wieder nach Krieg gehen. Wir wollten es ausrufen. Bin ich jetzt hier richtig oder falsch? Ich hoffe, ich bin falsch. Ich wollte eigentlich den Anderen mit dann auch noch gehen. Wir haben viele Leute gegen dieses Problem. Wissenschaftler, Soldaten, Spiegel... Unnötig war der. Wir haben Lösungen weit über die Stadt gefunden. Wir haben so nah wie weit die Kinder gehen. Alles andere souverän. Wo müssen wir hin? Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Nach unten links. Weggeschossen. Oh, ich dachte, da kriegen wir jetzt ein kleines Secret. Die meisten unserer Fortschritte, nicht wahr? So, bisschen abfackeln, bisschen in die Fresse schießen. Das passt schon. Das haben die nicht anders verdient, dass die unsere Bastionen angegriffen haben. Dann gab es einen Schuss. Aber es kam nicht von einer unserer Menschen. Verdammt! Dann gibt's den, äh, 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 äh... Schau mal! Oh! Kommt gleich die nächste! Sie kamen aus einer Erdung, einem brillanten jungen Wissenschaftler namens Venn. Venn? Dann arbeite ich für die Manser, die scharsten Knife in der Stadt. Mit dieser Hilfe haben die Manser einen Weg, um die Eurotunnel zu öffnen. In einem Flasch. Just like that, in every last hour living in the Tassel Terminals, will be gone. Eurotunnel will be gone. Hä? Was war das denn? Er hätte mich auch im Schlaf abmuxen können. Warum wartet der denn? Vollidiot. In welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, wir gucken erst mal hier ran. Jupp. Hat sich definitiv gelohnt. Okay, was kriegen wir hier zu Gesicht? Sieht super durch so aus. Die Erdung wurde niemals benutzt, wie sie sagten. Außer als letztes Resort. Kack, Vögel. Noooh, ich dachte ja, da kommt er nicht rüber. Falsch gedacht! Buffen mag nicht, sich manipuliert. Er hat seine eigenen Pläne. Wir haben hier Feuer dabei. Das heißt, der Schnee macht uns nichts aus. Sehr nice. Ähm... Pfff... Imagine, wie er das gefiel hätte, wenn er den Trigger gefunden hat. Und? Ist der kalt? Immer noch? Nein? Okay. Passt. Schön, dass ich helfen konnte. Ha! Na ja, aber wenn Van den aus, dass er da drückt, uff... Scheiße, zu früh geschossen. Aber erinnert, die Bastion kann alles fixieren. Wir brauchen nur diesen Schaden. Hörer, äh, äh, hämmern. Uh! Crap! Arschloch! Der hat mich überrascht. Klitzeklein bisschen. Da ist der Splitter. Ist das eine kleine Kampfarena? Ähm, jaaa... Aber rechts ist der Ausgang. Okay. Alter. Es ist zu schlecht, dass ich da nicht genau auf dem Weg zusammenarbeiten konnte. Das war ja mies. Das war mies. Du hast ja nicht reagieren können. Naja, aber die sind für jetzt angenehm. Sie hatten keine Wahl. Sie holen mit der Kalamie ab. Aber die erste Sache ist erstens. Es gibt jemanden, den wir geschehen müssen. Zia. Zia ist zurückgekommen. Keine Ahnung planen wir den nächsten Schritt. Aber wir kennen uns bereits. Okay. Er will mir nix erzählen davon. Mhm. Ah, für den Armee-Karabiner war das. Okay. Whatever. Der Land. Sie hat nun alle die Pfeile. Aber sie sieht trotzdem gut aus. Oh. Oh. Die Skipper haben uns aus der Mutterland gebracht. Ach. Wegen der Herausforderung, weil wir einfach so viele Gegner auf einmal getroffen haben. Ah, ja. Es ist etwas, was wir tun mussten, bevor wir diesen letzten Schaden gehen müssen. Sie hat geortet. Okay. Die Ura haben ihren Angriff auf die Bastion von diesen Außenposten eingeleitet. Dort muss Sia sein. Zoltans Hollow ist die Ura's Borderblockade. Ja. Ja. Jetzt ist es persönlich. Einen? Tja. Buf. Es ist persönlich für ihn und persönlich für mich. Oh, ja. Alles sehr persönlich hier. Es ist etwas falsch, was ein paar von diesen Rocken verletzt. Ja. Er findet seinen Moment, um zu streichen. Er schießt doch nur gegenseitig in den Rücken. Das soll mir recht sein. Hallo. Na? Alles klar bei dir? Sie sahen niemals etwas kommen. Okay, das ist die letzte Waffe. Katastrophenkanone. Uh! Er kriegt seine Hand auf den Gebrauchspaket, den ich ihm sende. Das ist auch heiß. Und das Geräusch. Wir haben den Bazooka. Sie haben ihre eigene Sicherheit und alles. Sie sind sogar ziemlich faszinierig. Aber trotzdem, sie sind nicht mit den Besitzern. Halt mich fest. Sie haben diese Konduker, die alle, die den Platz zusammenhören. Sie haben genug von diesen Dingen, und die Kondukerung schlägt zurück ins Grund. Oh. Oh. Oh, ich hab mich selber damit getroffen. Zum Glück hat die Heilung dabei. Passt also. Oh. Ich glaub, der richtige Weg ist... Die Felsen, die gleiche Art, die die Eura-Planthin in der Bastion haben. Die Eura muss jetzt in Panik sein. Nein, doch warte mal, 55... ... solche Mini-Splitter haben wir da gekriegt. Nice! Sie haben sogar den kleinen Rattel-Tail auf den Kind. Die Rodenten sind nur ein Bump in der Runde. Unnötigerweise... ... zugegeben. Oh, zu früh! Zumindest machen die Laser nicht so viel Schaden. Die können da drüber schießen und rüberkommen? Okay. Mir eigentlich relativ egal. Au! Hat er gesagt und hat sich was aufs Maul gekriegt. Äh! Dann holen wir uns den halt später. Aber jetzt, von hier zu den Terminaln, müssen wir wissen, wer in der Stadt ist. Die Kinder haben das ganze Ort entfernt. Ah! Schmerzen Schmerzen. Was? Oh! Da bin ich dir echt runterge... Mann, ey! Ja, das war... Ja, nicht wichtig, aber... ... gut, dass wir das geholt haben. Da bin ich ja noch ein... ... wie viele denn noch? Nein! Oh! Die meisten der Weltkondukter sind in der Mitte des Holos entfernt. Sie sind einfache Ziele. Diese Ziele müssen in diesem Ort entfernt werden. Auf den Arsch wollte ich hier. Mann ey. Okay. Verpiss dich. Nice. Oh. Moinu. Äh. Wie wollte ich gerade sagen. Krabst du auch mal an? Merse. Der Urug hält immer an der Barrikade. Nach allem. Der Urug ist nicht viel weiter. Einige von ihnen sind aufgeregt von dem, was passiert ist. Oh. 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 Ich hab hier gar nicht mehr meine... ... kleinen Mini Pistolen. Oh. 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 Das macht so wenig Schaden. Dann lieber mit der Bazooka in die Fresse. Vielleicht wissen sie, dass sie das verloren haben. Zu einem Kind. Sie haben uns überrascht. Die Bazooka ist doch schon geil, aber... die braucht ein bisschen lang. Ja, unsere Leute haben die Verlust. Aber hier sind wir, die versuchen, es zu fixieren. Ja, aber interessant zu wissen, dass wir die Katastrophen verursacht haben. Hat er ja vorher schon ein paar Mal gesagt. Aber ist immer so ein bisschen schwierig... ...auf die Story zu achten. Während man hier am Abfackeln ist... Schade, dass die Möglichkeit für das zivilisierte Diskurs ist vorbei. Ich dachte, das wäre... ...laufbar. Äh... Äh... Ach, soll ich... ...die Schuße hier... Ah... ...einer hat gereicht. Okay. Soll ich... ...dass ich mir selber mit der Bazooka in die Fresse schieße. ...der ist extra noch von da rangekommen, damit ich mir selber mit der Bazooka in die Fresse schieße. Ach... ...dass ich ihm vertraut. Ich habe ihm alles, was ich wusste. Das Händchen kann man immer schön abfackeln, das ist kein Problem. Einfach in Bewegung bleiben. ... 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 Also... Gosh! War der nervig. Hallo! Uh, aber zum Glück droppen die echt viele Heiltränke. Oh, das war so klar! Oh! Gosh, ey! Träffer! Oh, natürlich noch mehr Verteidigungssachen! Es wird alles Wasser unter der Brücke sein. Oh! Oh! Oh, jeez! Ah, der hat wenigstens, ähm, ordentlich Cooldown mit seinen Schüssen. Was ist das denn? Es ist nichts, der in seinem Weg steht. Er sieht, dass die Tassel-Terminals großartig auf dem Herzen fliegen. Was ist das denn? All diese Träume, die in der Klamide gespürt wurden. Wir werden sie zurückziehen. Ich frage mich ja, von wem die Kinderzeichnung ist. Wir gucken mal kurz, ob das da steht. Eine schlichte, aber von Herzen kommende Zeichnung. Sie wurde mit Kreide auf eine Stein-Oberfläche gezeichnet. Im Gegensatz zum Großteil der Urla-Zivilisation hat sie die Katastrophe mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Oh! Steht nicht da von wem. Way out there on the edge of the world. That's where we finally find you. But it ain't like Prosper Bluff this time. Hey, du hast deine Harfe wieder. Ain't nothing for this girl to sing about now. Hey! See ya. You weren't kidnapped. Oh, man! You just had to see what happened to the era. To your own people. You had to see if everything's off-road to you was true. I'm sure you didn't drop that twangy thing on purpose. Just to see if we go after you. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. I don't need to see what happened to the era. I'm trying to undo it, remember? Okay. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier. Oh! Oh! So I caught the kids old knapsack. Okay, nächste Folge geht's mit der Schlafmatte weiter. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao!